Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountgut präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir uns über Mythic Plus erspielen können. Und zwar ist das dieses Mount hier, das Inferno Panzer Don, so rum schimpft sich das. Und ja, das Model kennen wir ja schon aus der ersten Season aus Dragonflight. Mount Special können wir auch mal machen. Und dann, da hatten wir quasi eine Eis-Version und das ist jetzt quasi das Mount aus der zweiten Season aus Dragonflight. Und das bekommt ihr, wenn ihr ein Achievement euch erspielt. Und zwar schimpft sich das Achievement, beziehungsweise ist es eine Heldentat, also ein Erfolg, den man nur temporär erspielen kann und der auch keine Punkte bringt. Das Achievement schimpft sich einmal Schlüsselmeister von Dragonflight Season 2 und dafür müsst ihr eine Wertung von 2000 im, ja, der M-Plus-Season erspielen. Es gibt dann noch weitere Erfolge, es gibt dann auch noch einen Erfolg für 2500 und da kriegt ihr noch weitere Sachen, das werden wir uns aber auch gleich angucken. Was müsst ihr dafür machen, um diese Wertung hochzuspielen? Ihr braucht einmal ein paar Schlüsselsteine und zwar 15er müssten im Schnitt reichen. Und wichtig ist es hier, dass ihr sowohl einen tyrannischen als auch einen verstärkten Key braucht. Ja, denn die Punkte setzen sich aus beiden zusammen. Ihr kriegt nämlich für den ersten Key, den ihr am höchsten habt, von den beiden verstärkt und tyrannisch, bekommt ihr etwa zwei Drittel der Punkte und dann nochmal ein Drittel der Punkte bekommt ihr aus den niedrigeren. Heißt, ihr müsst am besten einen möglichst hohen spielen und den anderen, der muss jetzt nicht so hoch sein, Hauptsache, dass ihr überhaupt einen zweiten habt. Die Wochen wechseln sich immer ab, eine Woche ist tyrannisch, eine Woche ist verstärkt und tyrannisch ist einfach buff den Boss nochmal extra, verstärkt buff den Trash einfach nochmal extra. Im Schnitt für diese 2000 Punkte müsst ihr, wie gesagt, 15er haben in beiden, also sowohl tyrannisch als auch verstärkt. Es gehen auch depletete Keys, also wo ihr das nicht in dem Zeitlimit quasi schafft, um dementsprechend diese Punkte zu erreichen. Wenn ihr dann auf einem höheren Niveau seid, so 18er, 19er im Schnitt und die 2500 habt, dann gibt es natürlich auch noch hier einen weiteren Erfolg und zwar den Schlüsselstein Meister, äh, ne, Schlüsselstein Held. Und für dieses ist es dann so, dass wir dann auch noch ein bisschen extra T-Mocks bekommen und zwar gibt es da ein Paket an, ähm, ja, Transmock-Items, die ihr euch dementsprechend dann auch transmocken könnt und das ist einmal das Set aus dem aktuellen Raid mit ein bisschen extra Effekten drauf. Sieht ganz cool aus und ja, lohnt sich auf jeden Fall da noch mit hochzuspielen. Zusätzlich, wenn ihr so ein 20er Key hier in Time habt, gibt es auch nochmal für jeden eine Heldentat. Und, ähm, ja, mit diesen Heldentaten habt ihr dann die Möglichkeiten, euch, ähm, einen Port zu erspielen. Wo haben wir es? Genau, das ist wie in jeder Season, also wenn ihr einen 20er in Time habt, dann könnt ihr euch dementsprechend zu den Instanzen hinporten. Hat aber 8 Stunden Cooldown, also da müsst ihr halt überlegen, ähm, wo ihr euch hinportet. Wenn ihr eine M-Plus-Instanz abschließt, wo ihr euch vorhin geportet habt, dann resetzt sich der Cooldown. Das Blöde ist, der schert sich mit allen alten Expansions und dementsprechend, wenn ihr jetzt irgendwo in der alten Indie was gefarmt habt, habt ihr trotzdem leider diesen Cooldown drauf. Auch vielleicht eine aktuelle M-Plus-Variante des Ports. Gut, das sind soweit die Dinge, die ich euch zeigen wollte. Ich drücke euch die Daumen, dass das mit dem Score noch klappt. Ihr habt noch bis zum Ende der Season, ähm, Zeit. Wann das jetzt genau ist, wissen wir noch nicht genau. Sprich, wenn die nächste Season anbricht, dann gibt es wieder ein neues Mount und vermutlich eine weitere Farbfriante. Zum, ähm, kleinen Überblick, ähm, können wir jetzt hier mal Schlüssel eingeben. Und ihr seht, hier haben wir das aus der letzten Season. Und dann gab es natürlich auch in, äh, ja, Shadowlands hier aus den verschiedenen Seasons die Mounts. Und eins aus, ähm, hier Battle for Azeroth. Gut, das ist soweit zum Überblick. Und ja, dann sind wir soweit durch mit dem kleinen Mountguide. Sollten noch Fragen übrig geblieben sein, dann stellt mir die gerne in den Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao!